And on and on will go! Halbbruders König Sigismund von Ungarn. Dieser entschloss sich zu drastischen Schritten, um die Ordnung im Reich wiederherzustellen. Silberskarlitz 1403 Kingdom Come Deliverance Musik Musik Gott segne dich aus. Und er sieht aus wie ein schöner Tag im Dorf Skarnitz. Und er hat gesoffen wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Heinrich! Jetzt komm, steh auf. Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiße ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze! Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf, dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder... Oh, Heinrich! Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich... Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Hm, na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. Tja, verkatert, äh... Beginnen wir jetzt die Story. Wir haben eine Quest, unerwarteter Besuch und ein schwarzes Bild. Wie siehst du denn aus? Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? Mithilfe der ersten zwei Auswahlmündigkeiten in diesem Dialog legst du die vorgegebenen Eigenschaften des Charakters fest. Keine Sorge, falls du nicht mit ihnen zufrieden bist, alle Eigenschaften können ohne Einschränkungen weiterentwickelt werden. Ähm... Wie unterhielten wir uns in der Schenke? Ich glaube, Redekunst ist gar nicht schlecht. Nicht viel. Die Jungs und ich haben uns bloß in der Schenke unterhalten. Irgendein Wandersmann kam vorbei und erzählte uns, was in der Welt so vor sich geht. Und ich übersah die Zeit. Hoffentlich hat er dir kein Floh ins Ohr gesetzt. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Und dass es etwas mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. Wieso sollte ich mich denn für Schwertkämpfe begeistern? Äh... Noch mehr Redekunst, glaube ich, braucht man erstmal nicht. Ähm... Bogenschießen... Finde ich... Ne, auch nicht irgendwie Vitalität. Ich war bei Bianca und wenn schon... Äh... Ein bisschen Leben schadet ja nicht, ne? Ich war bei Bianca. Soll ich dir ausführlich beschreiben, was wir getrieben haben? Was soll das werden? Ein Verhör? Schon gut. Verzeih mir, ich mach mir nur Sorgen um dich. Danke, Mutter. Aber ich bin keine Vier mehr. Ich weiß. Du wurdest vor meinen Augen erwachsen. Ich kann mich schwer daran gewöhnen. Äh... Ja. Erstmal war irgendwer hier für mich. Haben Matthäus und Fritz noch mehr gesehen? Mir sind sie heute Morgen nicht untergekommen. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Bestimmt lungern sie wieder im Wirtshaus herum. Mal ein bisschen in Schutz nehmen, was die beiden angeht, oder? Sind eigentlich, soweit ich weiß, jetzt meine Kumpels. Matthäus und Fritz sind keine Saufbolde. Das habe ich auch nicht gesagt, oder? Und wenn es mich wirklich stören würde, hätte ich es längst unterbunden. Ich war auch einmal jung, weißt du? Und dein Vater war auch nicht gerade ein Engel, als er in Kuttenberg war. Das... das... das lassen wir mal ohne Worte. Glaube ich. Jetzt bist du ein Mann, Heinrich. Und es ist an der Zeit, sich wie einer zu benehmen. Gestern hast du deinem Vater versprochen, ihm in der Schmiede zu helfen. Wenn du dich ab und zu nützlich machen würdest, würde mich deine Herumtreiberei auch nicht so stören. Bench, schmeckt mir ein Sandwich. Ich habe Hunger. Könnte ich etwas zu essen haben? Ich habe etwas auf dem Tisch stehen lassen. Bedien dich. Danke schön. Aber... Vater klang ja gerade nicht so ganz so nett. Ist er viel wütend? Weil ich so lange geschlafen habe? Allzu glücklich ist er nicht. Gestern hast du versprochen, ihm mit Herrn Ratzigs Schwert zu helfen. Er ist nicht mehr der Jüngste und seine Gelenke setzen ihm zu. Er ist zu stolz, um zu klagen. Aber er braucht deine Hilfe, Heinrich. Ich weiß. Keine Sorge, Mutter. Natürlich helfe ich ihm. Gut. Er meint, dass seine Knie schmerzen, wenn ein Sturm aufzieht. Ich hoffe, er irrt sich diesmal. Es scheint ein so schöner Tag zu werden. Ja. Wer, der irgendeine Art von Preview gespielt hat, weiß ja Bescheid, glaube ich, oder? Nee. Die Gamescom Preview zum Beispiel nicht. Aber... Soll ich dir irgendwie helfen, Mutter? Du bist ein guter Junge, aber ich komme zurecht. Dein Vater braucht allerdings Hilfe. Ja, haben wir jetzt verstanden. Dann lass mich doch jetzt mal einfach da hin. Spiegel speichert. Das ist nett. Uh, Käse. Wie nehme ich denn auf? Eh. Och, du Kacke. Jedes Stück einzeln. Dankeschön für den Käse, Mami. Ein paar Ebbel. Können auch nicht schaden. Alter. Okay. Ich merke, mein Rechner leidet gerade so ein bisschen. Was ist das denn für eine Linsensuppe? Noch mehr. Aber einfach alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Essen kann nicht schaden. Alter. Momm, momm, momm. Momm, momm. Mit dem Kopf rein. Was ist das? Kann man nicht aufnehmen. Hinsetzen kann ich mich, aber das will ich ja gar nicht. Ähm. Ja. Falls ich jetzt nicht noch eine Begrüßung reingeschnitten hab. Herzlich willkommen zu Let's Play. Oder... Erstmal Let's Reingucken. Nege für Dreh... Ja, das lasse ich erstmal drin. Ähm. Oder erstmal Let's Reingucken. Kingdom Come Deliverance. Ach. Hat Hunger. Der Typ. Wie öffne ich denn mein Inventar? Ihhh. Ähm. Weil ich nämlich eigentlich gerade, äh, für Klausuren lernen muss. Mhm. Aber... Anzahl... Ich erst mal einfach ein Apfel, oder? Hat das jetzt gereicht? Nö. Wo sehe ich denn, wie viel der bringt? Ah, da. Da. Sehe ich zu... Oh. Dann pfeife ich mir nochmal ein Brötchen rein. Was ist das? Heilung. 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 Cool. Essen bringt also Heilung. Ob nach draußen. Ah, die FPS Zahlen steigen. Das ist gut. Diese gut. Obwohl wir nach draußen gehen. Was ist das denn? In die Richtung. Schlögerung schließen, singen sie ein bisschen, aber nicht viel. Das ist gut. Krain Finland dreist, leist, leist, gute Arbeit. Hallo volle Hilfe. Na? Was ist los mit dir Heinrich? Hast du mich nicht rufen hören? Ah. Ähh. wasnzных wirftest. Blowy beruflich, blomo, blu, blablablabiblub. Blowy blablabiblup. Ah. Ok. Äh... Okay. Okay. Ach, dort... Aha, okay. Ich weiß zwar nicht, was mein Vater hat, aber ich versuche... Ich muss ja was erledigen. Verzeih, ich wollte mich ab was umsehen. Ich lasse mir nichts befehlen. Direkt mal anlegen und vordern. Nee, ich musste etwas erledigen. Wir haben ja gerade eben Redekunst ein bisschen genommen. Verzeih, ich musste mich um etwas kümmern. Naja, ist nicht so tragisch. Sei es drum. Wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Wobei... Mir geht die Holzkohle aus. Also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Das ist die andere Sache. Kunash schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Unter anderem. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen. Und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Kunash? Dieser Suffkopf. Das wird ein Spaß. Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Das hört er bestimmt gerne an. Ist das alles? Nicht ganz. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzigs Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstangen. Verstanden. Und Bier. Mach auf dem Rückweg bei der Schenke halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt Bianca. Genau. Also sieh zu, dass Bianca es frisch zapft. Und jetzt beeil dich. Die Arbeit wartet nicht. Alles auf, Köbby. Der will doch auch nur Bier. Ja, was machen wir da als erstes? Wir gehen mal am besten einfach direkt hier oben hin. Ja, ich hab die Gamescom Preview gespielt. Zwei- oder dreimal. Und deshalb weiß ich, wo ich hier die Parierstangen herkriege. Guten Tag. Hallo. Gott sei mit euch. Und mit dir, Heinrich. Wie geht's dir? Vater schickt mich. Wir schmieden Herrn Razzis Schwert und der Kämmerer hat die Parierstange. Vater ließ sie in Sasau gravieren. Ja, hier ist sie. Der Kämmerer gab sie uns. Haben sie angesehen? Hervorragende Arbeit. Sowas Feines habe ich noch nie erblickt. Kannst kaum erwarten, das Schwert zu sehen. Verpfusch es ja nicht. Wann habe ich jemals etwas verpfuscht? Wo soll ich anfangen? Ah, sei still und gib das her. Sonst reiß ich dir heute Abend den Arsch auf. Alsbald, werter Herr. Er ist wohl bekannt mit vielen im Dorf. Großartig. Ach, zu schade, dass ich das Schwert nicht behalten kann. Tja, ich muss los, damit wir heute Abend fertig werden. Viele Erfolge. Wir sehen uns später in der Schenke. Auf jeden Fall. Heute geht das Bier vielleicht sogar auf mich? Na, ich sag mal so. Ähm. Die Lippensynchronität von Heinrich ist jetzt nicht so, oder im Englischen Henry, ist jetzt nicht so die, ähm, ich sag mal beste. Dann, als nächstes, ähm, Kohle zu holen, müssen wir vorher zu Kunisch, der ja hier ist. Das heißt Kunisch, glaube ich, noch. Hi. Na. Was sei mit dir, Kunisch. Was willst denn du? Äh, ja, viele Auswahlwürdigkeiten habe ich da halt nicht, ne? Mein Vater schickt mich wegen des Geldes, das du ihm für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Ich hab nix. Verzieh dich. Hm. Aggressiv oder freundlich immer noch? Ah, beim Freilich war freundlich. Ich weiß, kann sein, dass man prügeln muss deswegen. Du weißt, du schuldest meinem Vater sehr viel. Wenn er zum Furcht geht, bekommst du Ärger. Also zahl zumindest für die Axt und den Hammer, wenn du schon nicht alles aufbringen kannst. Ich hab nix, du Bastard. Scher dich zum Teufel, sonst zeige ich dir, was für Axt der dein Alter schmiedet. Also man könnte einfach jetzt sagen, ja. Ne? Pech gehabt, oder? Ich versuche ihn zu überreden. Ich hab er auf Redekunst geskillt. Ich weiß, du hast es nicht leicht. Deine Frau ist weggelaufen. Schnaps ist dieser Tage teuer. Und du bist zu nichts zu gebrauchen. Aber Schulden sind Schulden. Und ich kann nicht mit leeren Händen abziehen. Du Hurensohn, wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Hat dir dein langfingriger Vater keine Manieren beigebracht? Ich werde dich leeren. Langfingriger... Ach du Scheiße, Alter. Ja, ich weiß, wie kämpfen funktioniert. Au. Jawohl, ich hab ihn... Oh, oh. Au, oh. Bam. Autsch. Au. Au, warum, warum? Aua. So, bitte mal kurz Ausdauer regenerieren. Dankeschön. Au. Was macht er mich platt? So, bitte kurz Ausdauer regenerieren. Danke. Gib ihm aufs Fressbrett. Au. Ich sag mal so, in der Gamescom-Preview habe ich ihn leicht verprügelt. Ähm. Ähm. Was heißt leicht verprügelt? Das ging gar nicht mal so schwer. Habe ich ihn einfach weggeballert. Sozusagen. Ähm. Aber das jetzt war, äh, hart. Vor allem, er hat ja richtig hart gekontert. Ähä. Na. Aha. Day One. Ach, Herr Chee. Hör auf zu weinen wie ein Kind und zeig her. Na bitte. So gut wie neu. Du musst lernen, das selbst zu tun. Danke, Mutter. Äh. Die Inseln geheilt. Ja, geil. Ja. Ich kann mir ja vorstellen, was er vorher gesagt hat. Mutter, Mutter, es hört nicht auf. Aber, wenn ich mich nicht täusche, ist, hat Henry die, oder Heinrich, die Synchronstimme von, ähm, wie heißt er denn noch? Äh, Star-Lord aus, äh, Guardians of the Galaxy. Bitte ist cool, dass ich jetzt gerade nicht hier drin. Ja, ich weiß, dass ich im privaten Bereich bin. Aber. Äh. Tür mal hinter mir zu. Aber ich soll ja die... Nägel und sowas auf andere Weise kriegen. Eine verschlossene Truhe. Ich bräuchte einen Dietrich, um sie zu öffnen. Besorge einen Dietrich von Fritz. Okay. Lulululululul. Okay, hat er nicht gesehen. Oder versuche ich das Prügeln nochmal. Und diesmal drohe ich ihn mit meinem Vatty. Mein Vater hat er bestimmt angeguckt. Aber du schuldest Vater noch. Von mir kriegst du gar nichts. Du kannst das deinem alten ausrichten. Ich sag's dir. Rühr mich an und ich lass dich in den Kerker werfen. Äh, okay. Dann nicht. Dann, äh, Fritz und Matthäus sind glaube ich meine Freunde. Warte, ähm, hier krieg ich Holzkohle. Ja, nee. Ich brauch dafür erst... Geld. B. Bist du Matthäus? Nee, du bist Spieler. Ja, das ist Vanek. Okay, nee. Ich will mal nicht zu Vanek. Ich will zu Fritz. Der soll doch hier irgendwo. Da ist er. Was ist passiert jetzt? Ja. Oh, ist das dein Ernst, Deutscher? Bleibest du... Ich beleidige niemanden. Ich sage nur die Wahrheit. Siegesmutter hat nur getan, was getan werden musste. Ach, wirklich. Er musste den König entführen. Musste sein fetter Prokop in eine Falle locken und auch noch einkerkern? Er musste in Kuttenberg einmarschieren und sie mit einer Armee von Tataren belagern? Warum nicht? Was taugt dieser Wenzel schon als König? Unser Reich wird in seinen Händen zugrunde gehen. Die deutschen Grafen beten Ruprecht von der Pfalz zum König, weil euer ach so geliebter Wenzel noch nicht mal ihren Reichstagen beiholt. Deutschen Grafen? Diese Verräter. Sogar der Papst ist mit dir heimgesinnt. Mit dir auch, Matthäus. Ich bin hier los. Ach, der Deutsche wieder labert. Was? Einfach hin, dann wirst du es schon merken. Irgendjemand muss für Ordnung sorgen und das Reich wieder vereinen. Kann man nicht bitte die Österreicher? Und heutzutage kommt nicht mal mehr der Teufel persönlich bei all den Päpsten mit. Welcher ist denn der Rechtmäßige, der in Rom oder in Avignon? Hör auf mit der Blasphemie. Ist doch wahr. Wenzel ist schließlich der König von Böhmen. Und der böhmische Adel hält zu ihm. Zur Hölle mit Rosenberg und seiner Kabale. Herr Ratzig ist Wenzels oberster Kriegsherr und blieb dem König gegenüber loyal. Wenn er hören würde, was du gerade sagst, würde er dich wie ein Hund verdreschen. Dein Reichstag wird bald nichts mehr zum Regieren haben. Jobst musste Luxemburg verkaufen, um deinem König zu helfen. Südböhmen gehört Sigismund und... Mein Lieber, du solltest Kuttenberg nicht vergessen, wo Deutsche wie du Sigismunds Füße küsten, um ihre Köpfe behalten zu können. Ja, aber... Werter Herr Deutsch, das ist doch sinnlos. Lass uns über angenehmere Dinge sprechen. Genau meine Rede. Der Deutsche ist zu weit gegangen. Wenzel ist unser rechtmäßiger König. Er ist wirklich ein Idiot. Was können wir tun? Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Dieser deutsche Hund verdient eine Lektion. Da sind wir uns einig. Oder, Fritz? Und wie Matthäus. Wir sollten ihn ordentlich verprügeln. Also das ist Fritz, okay. Verrückt? Willst du am Schandpfahl enden? Ja, hör nicht auf, Fritz. Ich hab ne bessere Idee. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misstraufen denken. Ihr wisst schon, wem neben seinem wunderschönen, früchte kalten Haus... Denkst du, wir sollten es neu anstreichen? Ich bin dabei. Also, ich würde es lieber anzünden, wenn ich ehrlich bin. Aber, das ist auch gar nicht so schlecht. Und was ist mit dir, Heinrich? Wisst ihr, ich wollte Vater gerade Bier und ein paar andere Dinge bringen. Wir stellen Herrn Ratzigs Schwert fertig. Komm schon. Ein paar Handvoll dumm zu schmeißen, wird sicher nicht den ganzen Tag da. Und, es ist unsere Pflicht, die Ehre des Königs zu verteidigen. Also, Kumpel. Bist du dabei? Lass mich das doch selber entscheiden. Ich bin dabei, aber dafür müsst ihr mir helfen. Ach komm, wenn sie mir helfen, Kunisch zu verprügeln. Also schön, ich bin dabei. Aber dann müsst ihr mir auch unter die Arme greifen. Wobei denn? Kunisch schuldet meinem Vater Geld und zahlt nicht. Reden hat nichts gebracht, also muss ich wohl andere Seiten aufziehen. Alleine bekomme ich das aber nicht hin. Kein Ding, wir geben dir Rückendeckung. Sobald wir das Haus des Deutschen neu gegipst haben. Ich würde es diesem Saufkopf nur allzu gern zeigen. Also schön, gehen wir. Der Deutsche sitzt immer noch im Wirtshaus. Okay. Also instant los jetzt, ne? Hallo? Wo da? Wo ist denn sein frisch gekalktes Haus? Das da vielleicht? Das sieht so weiß aus. Verdammt! Was denn verdammt? Was ist das? Wo ist der mit? Ach, da ist er. Ah. Was sagte Matthias dazu? Wurde, habe ich nicht gerade Fritz angesprochen? Egal. Ist das jetzt durch oder nicht? Warte. Wir müssen nachsehen, ob die Luft rein ist. Warum? Der Deutsche ist in der Schenke. Hast du nach all den Jahren nicht bemerkt, dass er eine Frau und einen Sohn hat? Und? Ist das ein Problem? Ja, ist es. Heinrich, geh und lock sie irgendwie weg. Warum ich? Ha. Weil du der Schlaue bist. Genau. Ähm, okay. Hi, na? Du bist bestimmt Gattin des Deutschen. Ja. Was willst du, Junge? Dein Gatte macht Ärger. Ich kam gerade am Wirtshaus vorbei und dein Gatte redete Unsinn. Ich dachte mir, dass ihn besser jemand nach Hause holt, bevor er Ärger bekommt. Was für Unsinn. Nun, dass Siegesmund im Recht wäre und König Wenzel ein Säufer sei, sowas in der Art. Ein paar Leuten hat das nicht gefallen, also dachte ich... Gott allmächtiger, dieser Narr. Als nächstes fängt er noch mit den Päpsten an. Kann gut sein, dass er auch Päpste erwähnt hat. Danke, dass du mich gewarnt hast. Hoffentlich erwische ich ihn, bevor er wieder in eine Schlägerei gerät. Ähm, neue Hauptstufe erreicht. Äh, Spieler. Hauptstufe 2, cool. Ähm. Ich kann also jetzt was machen? Ah, Ster... Aha. Ähm. Dann bitte... Moment, kann ich... Nee. Zeit überschränken, schließen... Da, 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 da... Aha, da kann ich was aussuchen. Okay. Ähm, hm, hm, hm. Das Leben ist hart. Was ist denn das? Wo steht denn das? Q-Info. Du kommst 30% länger ohne Ende, als ob du Hunger bekommst, wenn die negative ausfängt. 20% stärker. Ach, du Scheiße. Das Leben ist hart. Du stammst aus ähmlichen Welt. Du bist in komfortbeklemer Betten. Nicht gewohnt, nicht schlechter als Bett, desto... Besser kannst du schlafen und umgekehrt. Uff. Hey lol. Wenn du schmutzpies hast, zu Gesprächen mit Frauen 50%... Mehr Charisma. Stinkst du so penetrant, dass andere dich leichter bemerken und hast... Und deine Fähigkeit Heimlichkeit um 30% verringert. What? Deine Ausdauer generiert sich nach 20%... 10%... Nein. Erhöht gerungen, füge ich die Sichtfeuchte bei Schnellreise, sowie Chance auszuweichen. Siehste, das ist mal was, was keinen... Ähm... Mal losbringt, ne? Ähm... Moment, das wollte ich gar nicht. Ich wollte... Auch hier gucken, ob ich noch irgendwas machen kann. Ne, aber ich kann hier, kann ich, glaube ich, tatsächlich... Nichts auswählen. Ne. Gut. Hi. Jawohl. Ups. Hey Hans, siehst du schlecht? Wir verpassen deinem Haus einen neuen Anstrich. Es ist genauso wie das, was dein alter Herr in der Taverne über Sigismund erzählt hat. Wir tun nur, was wir tun müssen. Hurensöhne! Ich werde euch verdammt nochmal den Arsch aufreißen! Oh, interessant! Das will ich erstmal sehen! Und was machst du hier eigentlich, Bischek? Mit diesen dreckigen, deutschlingen Händchen halten? Sag mal, möchtest du vielleicht die neuste deutsche Mode ausprobieren? Oh! So schlau sind meine Kumpels nicht, oder? Arschloch! Das wirst du mir büßen! Ähm... Rennen meine Kumpels jetzt weg? Und sollte ich das auch tun, oder? Ähm... Hallo? Autsch! Ausdauer! Äh, Leute, komm! Komm, aufs... Aufs Fressbrett! Flieh vor dem Büttel! Was? Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt dein Magen. Der Büttel? Wer ist denn der Büttel? Jungs, wohin rennt ihr? Ah! Okay. Ihr rennt anscheinend irgendwie... Richtung... Kunisch oder so? Finden wir weit weg. Erstmal. Was ist denn? Ne, Kuh! Lull. Oder ein Ochs? Ne, Kuh. Nur ohne gestützte Hörner. Bamm! Voll mit dem Kopf gegen den Ast gerannt. Äh, ja, dann wollen wir zu Kunisch. Sag mal, wird unten in den Maxi meiner Lebensleiste geringer, nur weil ich auch sauer benutze? Oder ist das jetzt wegen Essen? Ich esse einfach mal ein Brötchen. Äh, so. Hier kriege ich Bier. Hier das und hier ist Kunisch. Okay. Hier sind zwei. Jetzt bin ich bei H quasi. Wo ist denn D? D sind, glaube ich, meine Jungs. Die sich hier irgendwo aufhalten wollen. Dann gleich. Ach, da hinten kommen sie schon an. Okay. Hätte ich auch bei denen mitlaufen können. Und übrigens der Lebensweichen und... Wo kommst du denn jetzt her? Hi, Fritz. Es gibt da eine verschlossene Truhe, die ich öffnen muss. Im Ernst? Ist dir ehrliches Handwerk nicht mehr gut genug? Nein, nichts dergleichen. Es ist so. Jemand hat etwas, das ihm nicht gehört. Und ich möchte es wiederhaben. Ach, wenn du das sagst, geht mich sowieso nichts an. Hier, du kannst ein paar Dietriche haben. Aber falls du erwischt wirst, die hast du nicht von mir. Nie von dir gehört. Danke, Kumpel. Ach. Viermal direkt und jetzt... Er ist weg. Blöder Deutschling. Hallo, helft ihr mir konisch zu verprügeln? Ich möchte ihn auch verprügeln. Kackdeutschen haben wir es gegeben. Ha, das war ziemlich knapp, was? Pff, der alte Sack hatte keine Chance. Ja, aber hoffentlich verpfeift uns Hans nicht, dieser scheiß Kerl. Lass ihn doch pfeifen. Was können Sie denn schon groß tun? Nur weil wir ein bisschen Mist geworfen haben. Ein wahres Wort. Den Deutschling kann sowieso keiner gut leiden. So, äh, Gaufroyd, konisch verprügeln. Sicher doch. Eine Hand wäscht die andere. Na dann los. Hei, na, konisch. Hey. Pass etwas besser auf. Konisch, schwing deinen Arsch raus. Ich muss dir was zeigen. Was zum Teufel wollt ihr hier? Soll ich euch mit dem Riemen dreschen oder den Böttel rufen? Versuch's doch, alter Saufkopf. Okay, drauf. Ist er jetzt schon tot? Also, kaputt gekloppt? Genug, genug! Ich geb auf. Nimm was du willst. Es ist nicht viel, aber alles was ich hab. Kapiert? Gut, danke. Jetzt haben wir sogar nen Schlüssel. Und dann, äh, komm ich sogar legal da ran. Auch gut. Äh, eh, aufschließen. Dankeschön. Und was ist mit der Axt? Ich hätt auch gern die Axt wie der. Ach, Moment. Oh, Suppe. Essen, essen, essen. Miam, miam, miam. Die Axt hat ja in der Hand. Stimmt, da war was. Dankeschön. Haha. Danke für die Axt, Konisch. Ja, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Ja, ja. Kannst mich mal. Und jetzt kaufe ich Holzkohle. Hat ja jetzt auch nur, keine Ahnung wie lange gedauert. Halbe Stunde oder so. Grüß dich. Was ich an der Gamescom Preview in 20 Minuten durchgezogen hab. So, kaufen. Holzkohle. Was sagte er denn? Acht Stück? Ich zahle vier. Verkaufen. Ich möchte verkaufen. Konisch Axt, den Hammer und seine Nägel. Kann ich eh nicht gebrauchen. Ähm, ich falsche mal ein bisschen. Ist ja das Mittelalter. Da kann man ja ein bisschen falschen. Warum nicht? Ja, hab ich verstanden. Ich weiß wie. Ähm, hm, hm, hm. Ich würde gerne... ...einen ganzen dafür bekommen. Obwohl, machen wir mal ein anderthalb. Sind wir uns einig? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Er sagt 1,1. Okay. Dann sagen wir... ...1,2. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Ach, 10. Fuck. Okay. Hallo, na? Ähm, hm, hm, hm. Zwei, bitte. Kann ich noch irgendwas da lassen bei dir? Ein Dietrich. Nee. Ein Stück in Käse. Ich kann meine Klamotten verkaufen. Aber ein Dietrich kann ich doch eigentlich? Obwohl, kann ich... Aha, brauche ich wahrscheinlich noch. Ähm... Ich zahle ein. Ich habe 1,2. Ich... Dann verkaufe ich dafür noch hier einen... ...Abel. Obwohl... Ach komm, habe ich halt nur noch 0,2. Gibt's? Passt schon. So. Dankeschön für die, äh... Kohle. Und du. Ach, ich möchte ein bisschen kämpfen. Bevor ich jetzt, ähm... Hast du dich von der Verletzung gestern erholt? Ja, es ist nichts. Aber meine Mutter bemerkte sie und hatte ein Wörtchen dazu zu sagen. Keine Mutter ist erfreut, wenn ihr Sohn anfängt, sich für Schwerter zu interessieren. Wo Waffen sind, ist auch der Tod. Aber die Frage ist, was willst du? Nicht ewig in diesem Loch dahin siechen. Es kommt mir vor, als gehörte ich nicht hierher. Ich... Ich will die Welt sehen, aber das ist gefährlich. Also muss ich wissen, wie man sich verteidigt. Gesprochen wie ein Mann. Und heute ist deine letzte Gelegenheit, da ich fort muss. Also, bereit loszulegen? Gib ihm ja klar. Ja? Also gut. Ich warte wie immer beim Schafpferch. Was ist denn? Bier? Nee, jetzt noch nicht holen, weil... Wenn Bier warm wird, dann ist Vater böse und wir müssen nochmal holen. Ja. Ich war gerade leicht abwesend im Kopf. Ähm. Eine... Wundertolle Spiel, wie wären wir hier hinter... Wie auch immer er hieß. Äh, Waniek. Waniek hieß er. Hinterherrennen. Oh, 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 oh. Salbei. Sammel. Sammel. Ganz viel sammeln. Vielleicht hätte ich jetzt ja auch gerade, äh, verkaufen können. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen was rausgekriegt. Aber Salbei kann man vielleicht auch für irgendwelche Heilkräuter, sonst was, Hustenbonbons, äh, äh, verwenden. Noch mehr, äh, ne, ich sammle jetzt nicht alles. Es wird geta... Oh, was ist das Blaue hier? Irgendwas, was ich nicht aufsammeln kann. Okay, gut. Was Rotes? Ah, ist nur Welt. Ja, ist ja gut. Ich, äh, hi. Los geht's. Na, kann's losgehen? Ja, gib ihm. Ja, gib ihm. Gut. Und da heute unser letzter Tag ist, wirst du mir alles zeigen, was ich dir beigebracht habe. Oh, du hast mir irgendwas beigebracht? Gut. Beginnen wir mit den Grundlagen. Bleib in Bewegung. Dein Leben hängt davon ab. Gut. Versuch jetzt, mich anzugreifen. Verstand er gerade oben rechts? Ich wollte es gerne lesen. Schlag legen. Halbherzigkeit bringt dir nichts. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Unberechenbarkeit ist der Schlüssel. Wiederhole dich nie. Äh, ha, 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 ha. Ja, ha, 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 ha. Das Spitzehände ist zum Stechen. Versuch es mal. Wie soll ich denn stechen? Äh, zustechen. Schwacher Angriff. Schwacher Angriffe sind mal... Ah. Ja. Wie oft soll ich denn zustechen? Ah, okay. Gut, sehr gut. Probieren wir etwas anderes. Einen Schlag abzuwehren ist ein Kinderspiel. Viel schwieriger ist es, eine Kette von Angriffen zu parieren. Wobei du im Treffer landest, hol gleich zum nächsten Schlag aus. Wie geht das denn? Ähm, okay. So, deine Flanke ist ungedeckt. Gib ihm. Ah, meine Ausdauer ist anscheinend... Ah, ne. Ist schon... Hat schon geklappt. Okay. Genügt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin müde und durstig. Okay. Wenn es das war, holen wir jetzt das Bier und ab zu Pfarrer. Ging aber eigentlich klar. Ich hatte mir das Kämpfen eigentlich sogar etwas schwieriger sogar noch vorgestellt. Ähm. Ja, insgesamt halt etwas kniffliger. Weil das Kampfsystem ist ja nun mal... Ich sag mal, 4-Orner war schon schwer. Aber das hier ist ja dann nochmal eine andere Nummer, weil du viel mehr Richtungen hast. Naja, zwei Richtungen mehr. Hallo. Wisst ihr wo... Wenn du Kohle willst, rede mit meinem Handlanger. Ich bin beschädigt. Mit dem Handlanger? Okay. Bist du Bianca? Ja, bist du. Hi. Grüß dich, meine Liebe. Gut siehst du aus. Du auch, mein Hübscher. Was führt dich hierher? Ja, Bier. Nein. Ich, 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 meine, ich, meine, 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 meine Liebschaft, also. Deine Schönheit natürlich. Oh, edler Herr. Ich fühle mich geschmeichelt. Was könnte der Werteherr begehren, abgesehen von meiner Schönheit? Bier. Ach, die deutsche Rede, bestimmt Bock, Mist. Der Deutsche schwingt wieder reden. Ach, fang nicht mit dem an. Er ist ein guter Kunde, aber wenn es um Politik geht, ist er unerträglich. Wie oft ich ihn und die anderen schon rauswerfen musste, damit sie sich hier nicht prügeln. Nun, er ist heute außergewöhnlich gut in Form. Dann einmal Bier für Vater, bitte. Ich brauche Bier für Vater. Ein Krug, wie immer? Jawohl, ein Kalten aus dem Keller. Aber natürlich. Hier, bitte. Danke. Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Ausgeschlossen. Hier. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Kannst kaum erwarten. Oh, was er wohl hat. Du kannst dich schon auf heute Abend freuen. Du auch. Ach, übrigens, dieser zwielichtige Kerl hat nach dir gesucht. Ranjek? Schätze, ja. Bestimmt ist er einer der ehrliche Wandersleute bestiehlt. Ich bin froh, wenn er verschwindet. Was in drei Teufels Namen hast du mit dem zu schaffen? Er versprach mir, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Was würde dir das nützen? Ach, hör auf. Du klingst ja schon wie Vater. Bis heute Abend. Heinrich? Ich habe da etwas Spezielles für dich. Ach ja? Etwas Spezielles. Und was könnte das sein? Dein Lieblingstrunk. Retterschnaps. Ha. Du bist ein Engel. Hoffentlich bedankst du dich später entsprechend. Das werde ich. Oh, dieser, äh. Spielspeichern zeigst du halt automatisch. Zum Beispiel an wichtigen Stellen von Quests, wenn du schläfst. Und wenn du dein Spiel verlässt, wenn du das Spiel manuell speichern willst, musst du Retterschnaps zu dir nehmen. Vielleicht möchte man das Spiel verlassen und einfach wieder reingehen. Hm. Also dann auf zu Vater. Wieder den matschigen Weg hoch hier, aber. Er sieht echt gut aus eigentlich. Sogar mit hier kleinem, kleinem sozusagen Matsch-Rinnensaal. Sieht eigentlich sogar echt gut aus. Dann lass uns einen Schwert schmieden. Was hast du eigentlich in Kuttenberg gemacht? Ach, alles Mögliche. Dort musste man überall mit anpacken, wenn man seinen Lebensunterhalt verdienen wollte. Aber ich war dem Eisen nie fern. Ich würde Kuttenberg gerne einmal sehen. Ich nehme dich einmal mit, keine Sorge. Es ist eine schöne Stadt. Und hier die Barrierstange. Hast du alles, worum ich dich bat? Eigentlich ja. Also go for it. Ja, Kohle, die Parrierstange und Bier. Wir können anfangen. Gut gemacht. Packen wir es an, Junge. Gut gemacht. Yay. Alles klar. Dann lass mal sehen, was der Meister in Sarsau da für uns gemacht hat. Sieh dir das mal an, Junge. Das ist echte Handwerkskunst. Was bedeutet diese Gravur? Wenn ich das wüsste. Könnte Latein sein, aber sicher bin ich mir da nicht. Herr Ratzig wollte es so. Ja. Das wird das schönste Schwert meiner gesamten Schmiedjahre. Hast du die Holzkohle? Gut. Heize die Esse an und dann setzen wir alles zusammen. Die Esse, die glüht schon so ein bisschen. Ach, übrigens. Mir hat jemand einen Besuch abgestattet. Und ich vermute, du weißt ganz genau, warum. Nein, weiß ich nicht. Wirklich? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass du und deine Freunde Dung auf das frisch gesäuberte Haus des Deutschen geworfen habt. Er war vorhin mit dem Büttel hier. Und das war kein Freundschaftsbesuch. Was ist denn in dich gefahren? Dieser Deutsche hat Unfug über Sigismund und den König rum erzählt. Er hat bekommen, was er verdient hat. Bekommen, was er verdient hat, ja? Du wirst diese Sauerei beseitigen, hörst du? Und dich bei ihm entschuldigen. Ich muss hier ein Geschäft führen und der Deutsche zahlt verdammt gut. Dass du so einen Mist baust, hilft mir nicht wirklich weiter und dem König am wenigsten. Verstehst du? Ja, klar. Sag's mir ins Gesicht. Hast du verstanden? Ja, verstanden. Gut. Dann werden wir so ein Gespräch nie wiederführen. Also hältst du es für richtig, unseren König in den Dreck zu ziehen? Und so machte sich der Junge zum Narren und zeigte, dass er seine Lektion wohl immer noch nicht gelernt hatte. Der Deutsche redet also Unfug. Na und? Willst du deshalb zu einem Verbrecher werden? Du magst einen Kampf vielleicht mit Gewalt gewinnen, aber niemals einen Streit. Merk dir eins. Wenn du jemanden überzeugen willst, dann nur mit Worten, nicht mit Fäusten. Der Ofen ist soweit. Gut, dann machen wir den Griff. Ich bringe es zum Glühen und wenn ich es rausnehme, setzt du den Griff so auf, dass er passt. Aber das kennst du ja alles schon. Dann mal los. Gut. Einmal noch. Richtiges Schmiedehandwerk hier. Das war's. Fertig. Schleif ihn ab, bis er gut in der Hand liegt. Ich bereite die Parierstange vor. Erstmal noch ein bisschen abschnitzen. Vater, wieso hast du Prag verlassen? Ich hab noch nie von einem Meisterschmied gehört, der einem kleinen Kaff-Hufeisen herstellt. Ich hatte meine Gründe. Und hier hab ich deine Mutter und dich. Warum sollte ich woanders hinwollen? Erinnerst du dich noch an König Karl? Natürlich. Ein gutes Leben während seiner Herrschaft. Besser als jetzt? Er errichtete halb Prag und jede Menge Burgen. Baute eine Brücke über die Moldau und gründete eine Universität. Und das alles ganz ohne Krieg. Er wusste, wie man regiert. Besser als Wenzel, ja? Ja, bei weitem besser. Aber Wenzel, er hat es nicht leicht. Es ist schwer, in die Fußstapfen von jemandem zu treten, der vielleicht alle tausend Jahre nur einmal geboren wird. Und was ist mit Sigismund? Denkst du, Karl wäre wie Sigismund mit einer Armee in sein eigenes Land eingefallen? Nein. Wenzel mag seinem Vater nicht ebenbürtig sein. Aber Sigismund, der entehrt die königliche Familie. Wie kommst du voran? Gib mal her. Jetzt setzen wir alles zusammen. Das sieht auf jeden Fall schon geil aus. Ah, die hat man doch gerade eben gesehen, oder? Hol die Nägel für Theresa. Ja. So. Nägel für Theresa. Ringeblumen auf. Egal. Nehm. Alles. Alles genommen. Äh, schon ausgeraubt. Jetzt kann ich gehen. Hi Theresa, na. Willst du die Nägel haben? Heute Abend zum Reigen gehen? Werden wir. Reigen. Was ist denn Reigen? Wie auch immer. Ich will dich nicht aufhalten. Das Schwert ist wirklich schön. Ein feines Mädel. Hör auf, sie anzuglotzen. Zieh dir lieber das an. Es ist Zeit für die Feuerprobe. Wir haben ganze Arbeit geleistet. Wie nicht anders zu erwarten von solch einem renommierten Schwertschmied. Diese Tage liegen hinter mir, Herr. Doch dein Geschick ist dir geblieben. Möchtest du es mal schwingen? Herr, was nützt einem normalen Bürger ein Schwert? Lass es ihn versuchen. Du hast noch viel zu lernen. Frag deinen Vater, ob er es dir beibringt. Er weiß, wie es geht. Sein Handwerk zu erlernen wird ihm wesentlich mehr nützen. Ja, möglich. Aber wer weiß schon, was die Zukunft noch so alles für uns bereithält. Wie ich sehe, ist es beinahe fertig. Ich muss es nur noch polieren. Dann wird Heinrich es dir bringen. Exzellent. Ausgezeichnete Arbeit. Wirklich schön. Ein Schwert wie dieses wird seinem Träger wahrlich Ehre bescheren, Herr Ischwan. In der Tat, Herr Ratzich. Hätte ich so eines in Nikopolis gehabt, wären die Dinge vielleicht anders verlaufen. Es ist wirklich seltsam, einen derart fähigen Schmied an so einem Ort anzutreffen. Ein Mann mit seinen Fähigkeiten könnte ohne Probleme in Prag oder Wien sein Geld verdienen. Das stimmt. Aber das ist eine lange und sonderbare Geschichte. Ich würde sie mir sehr gerne bei einem Kelchwein anhören, aber die Pflicht ruft. Und ich muss leider weiterziehen. Bitte sehr. Lerne von deinem Vater. Er ist wahrlich ein Meister seines Pfarrs. Gewiss kreuzen sich unsere Wege erneut. Da bin ich mir sicher. Sobald es fertig ist, soll dein Sohn es zu mir bringen. Gute Arbeit, Martin. Herr. Es war mir eine Ehre, Herr Ischwan. Mögest du sicher nach Sarsau genommen. Die Ehre ist ganz meinerseits, Herr Ratzig. Danke für die Gastfreundschaft. Eine lange und seltsame Geschichte? Seither ist viel Zeit vergangen. Vielleicht erzähle ich sie dir mal, aber heute noch nicht. Bringst du mir bei, es zu führen, wie Herr Ratzig sagte? Wieso? Na ja, könnte nützlich sein. Vielleicht bereise ich die Welt, bevor ich sesshaft werde. Ich würde gern mehr sehen, als nur die Schmiede und die Schenkel. Weißt du, was der Haken am Abenteuerleben ist? Es könnte vorbei sein, bevor es anfängt. Ich kann dir zeigen, wie man ein Schwert führt. Das hilft dir aber nicht, wenn dir jemand einen Pfeil in die Brust jagt, sobald du einen Fuß vor die Tür setzt. Klingt so, als sprichst du aus Erfahrung. In meinem Alter hat man viel erlebt. Schmied ist vielleicht nicht der glorreichste Beruf, aber er hat auch seine Vorteile. Wie zum Beispiel seinen Kopf behalten. Ich möchte mein Leben in Skarlitz beenden. Dort, unter dem Lindenbaum, an der Seite deiner Mutter. Ja, ich auch, eines Tages. Aber zuerst will ich die Welt sehen, möchte neue Menschen treffen. Treffen oder vermöbeln? Treffen. Musst du jetzt darauf herumreiten? Dann gibt es keinen Grund für dich kämpfen zu lernen. Ja! Gut, der hat's eilig. Er war ganz schön in Eile. Ist was passiert? Äh, da brennt was. Und da sind ganz schön viele Banner. Und Menschen. So eine riesige Armee für so ein kleines Tölpeldorf. Macht irgendwie wenig Sinn. Hör mir zu, Junge. Hör mir gut zu. Nimm das Schwert. Geh ins Haus und hol alles Wichtige aus der Truhe. Und dann lauf zur Burg. Beeil dich. Was ist mit dir? Deine Mutter ist noch im Dorf. Ich werde sie holen und dann kommen wir sofort nach. Ich komm mit... Nein, du tust, was ich sage. Keine Widerrede. Geh pern, rat sich das Schwert. Er kümmert sich um dich, falls uns was zustößt. Er steht in meiner Schuld. Ich hab doch schon alles aus der Truhe geholt. Geh da einfach zur Burg. Autsch. Gott. Es könnte Heinrich da jetzt irgendwas ausrichten und in irgendeiner Art kämpfen. Das war's. Nichts. Nein, du tust. Ich bin, du tust, ist das. Ich bin, du tust. Um, ich bin, du tust. Das war's. Ein Henry. Ich bin, du tust. Geh da einfach nicht. Du tust. Komm, du tust. Wackel. Martin! Nein! Martin, bitte nicht! Oh, Gott! Oh, Gott! Was ein Idiot. Schnapp dir ein Pferd und reite nach Talberg. Sag ihnen, was kommt! Du musst sie wärmen! Lauf den Bug ran, Rupter, den Weg entlang! Spring von der Mauer und verschwinde von hier! Okay. Äh, cool, dass sie mich jetzt nicht mehr reinlassen. Äh... Ich wusste zwar von dem Angriff, aber... Das ich nicht in die Burg komme, wusste ich jetzt nicht. Ich hab gelernt, Skalitz! Oh, oh! Schnell los! Beseucht ihr ein Pferd? Äh... Ja... Da unten stehen Pferde. Aber ich komme da nicht hin. Was mache ich dann jetzt am besten? Reiten, bla 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 bla. Escape schließen. Ach... Hat bestimmt gespeichert. Ich möchte es mal ausprobieren. Äh... Äh... Nicht... Escape Inventar. Ich hab doch ein Schwert, oder? So, wie kann ich jetzt das Schwert zücken? Äh... Hallo? Steuerung? Steuerung? Ich möchte gerne ein Schwert zücken. Ah! Okay. Okay, gut. Das ist, äh... Schlecht gelaufen. Au. Au. Autsch. Au. Okay. Machen wir das nochmal. Ah... Nicht gut gelaufen. Aber das möchte ich jetzt mal ausprobieren, weil ich nämlich in einer Preview gesehen habe, dass man Theresa retten kann. Und das möchte ich jetzt mal ausprobieren, auch wenn es ganz ehrlich drei Soldaten auf einmal sind. Ich habe gerade mal einmal gekämpft und habe keinen Plan von dem, wie es funktioniert. Aber irgendwie soll das gehen, angeblich. So, Ausdauerregenerieren und hinterher. Und das Kämpfen brauche ich ja gerade mal. Also, wenn das zu viele Versuche werden, dann passiert, dann schneide ich das raus. Aber, ja, ist ja gut. Dann bitte einmal. So, drauf. Oh, oh. Ähm, hallo, Hilfe. Hui. Hallo, X. Habe ich gerade eben gelesen. Autsch. Ich wurde runtergeschlagen. Äh, das sind ein paar viele. So, bitte schnell. Hallo. Schnell. Danke. Äh, möchte ich hier bitte weg. Ich werde verfolgt. Und das Mädel da war anscheinend Theresa. Aber ich konnte, weiß nicht, ob ich sie jetzt retten konnte oder nicht. Wahrscheinlich wäre sie mitgekommen. Naja, gut. Boah. Ich hätte bestimmt... Oh, fuck. Ich hätte auf ein Pferd bestimmt so reinreiten können. So, weißt du? Mit... Ne? Autsch. Autsch. Uncool. Muss ich jetzt noch weiterreiten oder bin ich jetzt fertig? Er lädt erstmal irgendwann. Oh, oh. Ich muss weiterreiten. Oh, oh. Au. Lo. Das Pferd soll sich mal beeilen, habe ich gehört. Oh, oh. Einfach weg hier. Einfach weg hier. Okay, Dankeschön für die Info. Ah, da habe ich jetzt was eingeblendet. Okay. Hui, ich bin fast tot. Cool. Meine Austaus ist auch fast weg. Oh, oh. Uncool. Oh, oh. Ganz schnell. Das ist gar nicht mal so leicht. Also, ich kann auch keinen Schwierigkeitsgrad oder sonst was einstellen. Der ist einfach so. Weißt du, die sind auch instant hinter mir, sobald ich etwas langsamer werde. Wir können wahrscheinlich auch nur bei der einen Geschwindigkeit irgendwie, äh. No? Autsch, jetzt bin ich tot. Okay. Einfach nochmal. Ach, hier. Oh, Gott. Okay, dann versuche ich jetzt diesmal, aufs Pferd zu steigen. Und dann Theresa zu retten. Ich glaube, es war gar nicht gut, dass ich da runter gehüpft bin. Das hat mir zu viel Energie gekostet. Ähm, ja, ich hab's, ich, ich, ich kenne Reiten schon. So. Ach, okay. Aufgabe, oh, oh, abgeschlossen. Hilft Theresa. Oh, oh. Äh, hab ich wohl geschafft. So, weg hier. Haha. Wie stecke ich meine Waffe weg? Gar nicht. Auch gut. Die sprechen irgendeine komische Sprache. Ich kenne sie nicht. Wahrscheinlich irgendwas Ungarisches. Weil wir auch in Ungarn sind, in Böhmen. Oder so. Richtung Ungarn da. So. Die Wunde muss verbunden werden. Was Heinrich aber noch nicht erlernt hat. Du musst schnell jemanden finden, der dir helfen kann. Ja. Würde ich ja gerne. Aber. Muss ja erstmal wegkommen und fliehen. Würde zumindest hilfreich sein. Erstmal so. Fürs Erste. Okay, cool. Okay, meine Ausdauer ist auch nicht mehr ganz die größte. Aber ich schaffe das bestimmt. So, jetzt im Trab bitte ganz, ganz schnell Ausdauer regenerieren. Oh, oh. Nicht gut. Aber der Galopp kostet mich auch Ausdauer. Das ist kacke. Habe ich zu lange gewartet fürs Regenerieren. Schade. Lauft. Ja, das wird ziemlich hart jetzt hier. Immerhin bin ich jetzt schon, glaube ich, weiter als gerade eben. Also fast. Die sind immer noch direkt hinter mir. Geil. Also ungeil eigentlich. Aber. Drei, zwei, eins. Rennen. Oh, shit, ey. Bin ja echt fast tot. Würde ich das eigentlich gerne schaffen. Da vorne. Da ist eine Burg. Das könnte Talenberg sein. Ja. Boah. Boah. Oh, mein Gott. Herr im Himmel. Hilfe. Helft dir doch. Hilfe. Beeilung. Bewegt eure Ärsche her. Legt an. Und. Feuer. Ich juck dir einfach mal gar nicht, dass der Pfeil hergekommt. Werden wir einfach stehen. Das stimmt so, was man machen kann eigentlich. Schnell, wir schließen das Tor. Gebt ihm doch jemanden zu trinken. Und bringt heißen Wein und Verbandszeug. Nur meine Sicherheit. Wer bist du? Und wo kommst du her? Was zur Hölle ist passiert? Ich komme aus Galitz. Sie haben es niedergebrannt. Und alle abgeschlachtet. Wer? Weißt du, wer das getan hat? Eine riesige Armee. Sie griffen ohne Vorwarnung an. Es waren weder Tschechen noch Deutsche. Wer dann? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie solche Rüstung gesehen und ihre Sprache war mir auch fremd. Vielleicht Tataren. Tataren, sagst du? Darum werden wir uns später kümmern. Zuerst versorgen wir lieber mal dein Bein. Dieses Ge-Ge-Ge-Schunk-Schunkel. Geist die Seele zusammen. Ich ziehe den Pfeil jetzt raus. Soll wohl wehtun, habe ich gehört. Ganz ruhig. Schon erledigt. Du hattest Glück, Junge. Der Pfeil hat den Knochen verfehlt. Ich muss die Wunde verbinden, aber darin habe ich schon massig Erfahrung. Der Krieg ist ein guter Lehrmeister. Kannst du aufstehen? Na bitte. So gut wie geheilt. Nöch. Danke sehr. Habt ihr nichts zu tun, oder was? Zurück an die Arbeit. Denkst du, du schaffst es, mit Herrn Devish zu sprechen? Oh, ein Hund. Mein Herr. Das ist ein Überlebender. Ich weiß, Robert. Sag, mein Junge. Was genau ist geschehen? Konntest du die Flaggen der Angreifer erkennen? Und gab es noch Überlebende? Herr. Ich weiß wirklich nicht, wer sie waren, aber es waren sehr viele. Unzählige, unzählige Banner wehten auf den Hügeln über Scarlet's. Die Schlechter sprachen eine ziemlich merkwürdige Sprache. Sie brannten Scarlet's komplett nieder. Viele suchten in der Burg Schutz. Ich schaffte es nicht. Ich schaffte es nicht. Also musste ich fliehen und dabei riefen sie mir zu, ich solle euch warnen. Bei diesen Tartanen, wie sie der Junge nannte, könnte es sich um Sigismunds Kumanen handeln. Sie kamen wohl von Osten aus nach Ungarn und bilden nun den Kern seiner Armee. Seit der Plünderung von Kuttenberg scheint er eine Leidenschaft für gestohlenes Silber entwickelt zu haben. Scarlet's ist klein, Herr. Wenn Sigismund angreift, haben sie keine Chance. Wohl wahr, Herr Roberts. Mit unserer kleinen Garnison können wir ihnen nicht helfen. Selbst wenn wir es riskieren würden. Denkst du, wir sind als Nächste dran? Möglicherweise. Wie ist dein Name, Junge? Ich bin Heinrich. Der Sohn vom Scarletzer Schmied. Ich kenne ihn. Hat er es auch in die Burg geschafft? Mein Beileid. Jetzt liegt es in Gottes Hand. Niemand sonst kann uns helfen. Also dann, vielen Dank. Du hast dein Leben riskiert, um uns zu warnen. Robert, kümmere dich bitte um Heinrich. Verschaff ihm ein gutes Essen und etwas Ruhe. Ja, Herr. Und, äh, bring alle Menschen hinter die Mauer. Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein. Ich will alle nötigen Vorkehrungen. Wie du befiehlst, Herr. Ich würde ja gerade gerne mal eigentlich ins Questlog gucken, wenn ein Questlog existiert. Ob ich nun geschafft habe, äh, Theresa zu retten oder nicht. Ja, Robart. Ich bin doch bei ihm. Ich habe einen Deckbäcker. Na, man merkt, dass das Spiel erst rausgekommen ist und dass mein Rechner ein Jahr alt ist, schon. Nanu? In der Wache? Hallo? Da ist, Herr Robart. Ich würde gerne ein Questlog. Da ist es. Äh, erledigt. Ich habe blickte ein Pferd, nach dem ich Tal krieg, doch dann sah ich, wie drei von Siegelsmunds Männern versuchten, die Müllerstochter Theresa zu gewalten. Ich konnte nicht tatlos zusehen, obwohl sie mir zweimisch überlegen, gelang es mir, ihr zu helfen. Ja, nice! Ähm, ja, Subi. Ich schätze, ich sollte mit Herrn Robart sprechen und herausfinden, was ich tun soll. Macht Sinn. Hi, na? Du hast dich wacker geschlagen, Junge. Ich bedauere deinen Verlust. Du musst entkräftet sein, also geh in die Küche und iss etwas. Kummer ist mit vollem Magen leichter zu ertragen. Ich hörte von deinem Vater. Wie ich höre, bist du aus Gavitz. Es muss schrecklich gewesen sein. Wie ist das geschehen? Ich muss was essen und ich muss schlafen. Das ist gut. Du hast dein Leben. Du hast gelernt. Küchen. Ich lerne ganz viel, glaube ich, gerade. Du hast Glück. Herr Stefanie von Thalmberg, behehrt uns mit ihrer Anwesenheit. Ich fühle mich geehrt. Das ist also unser tapferer Recke? Sei willkommen. Bojena hier wird sich um dich kümmern. Du musst doch sicher müde und hungrig sein. In der Tat. Die könnt erst nicht sein, der arme Junge. Nach allem, was er durchgestanden hat, muss er einen Bärenhunger haben. Habe ich recht? Aber Herr, das hier ist für dich. Isst so viel, du will. Und etwas Wein zum Runterspülen? Hab Dank. Wenn du hier fertig bist, gesell dich zu den Stallburschen in die Vorburg. Nein, das wird nicht reichen, Herr Robert. Nach allem, was er durchstehen musste, verdient er ein richtiges Bett. Er soll in der Wachstube auf dem Vorplatz schlafen. Gewiss, Herr. Der junge Heinrich ist ganz sprachlos von eurer Großzügigkeit. Ja, ja. Hab Dank, Herr. Möge Gott euch für eure Güte belohnen. Isst dich ruhig satt. Du bist in guten Händen, also werde ich euch nun verlassen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht ist noch fast Taghell draußen. Wenn du fertig bist, kannst du dich in der Schlafkammer der Wachstube schlafen legen. Und vergiss nicht, die dreckigen Stiefel auszuziehen, bevor du dich ins Bett legst. Ich habe jetzt gerade mal auf Controller umgeschaltet. Oha, er wird ziemlich... Ähm, hallo? Hier. Aufheben. Einfach alles nehmen, alles nehmen. Okay, Controller ist doof. Ich nehme doch wieder Tastatur. Pass auf, wo du hingehst. Noch ein Brötchen, noch ein Brötchen. So, erstmal essen, damit ich jetzt wieder überhaupt atme hier. Gebratene Ente. So, dann bin ich jetzt nur noch müde. Gib mir einfach... Neue Redekunststufe erreicht. Ja, toll. Kann ich da jetzt irgendein Talent auswählen? So, alles Essen dürfte aufgesammelt sein. Ne, nicht ganz. Wein. Jawohl. Dankeschön. Ich lege mich dann jetzt mal schlafen. Weißt du, Tag hell, ne? Gute Nacht. Wo ist denn die Wachstube auf dem Vorplatz? Hier, anscheinend. Nicht einpennen. Ich kann hier, glaube ich, rein, ja. Endlich ein Bett. Das ist aber, glaube ich, doch nicht meins. Doch, es ist gut. Wie spät ist denn jetzt, würde ich gerne wissen. Es ist 21... Ne, es ist... Ah, es ist 19 Uhr. Okay. Dann lass mich doch einfach bis... Sattheit 33. Energie. Energie. Ja, bis 4 Uhr klingt doch gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Heute werden die Wachhäusen verlockt. Haltet die Augen offen. Wenn ihr irgendetwas Ungewöhnliches seht, meldet es sofort. Verstanden? Ja, Herr! Ja, was? Na, da ist auch noch ein bisschen was abgehackt. Vergib mir die Störung. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Oder doch? Herren. Nein, nein, ich war eh wach. Was führt dich zu dieser späten Stunde hierhin? Ich dachte, du... könntest etwas Wein vertragen. Das ist genau das Richtige, um einzuschlafen. Hab Dank, Herr. Hab Dank, wirklich. Aber das hättet ihr nicht... Ihr hättet auch einen Diener schicken können. Das hatte ich vor. Aber, um die Wahrheit zu sagen, konnte ich auch nicht schlafen. Bei meinem Gebet musste ich an dich denken. Es war bestimmt schrecklich für dich. Ich kam, um dir Trost zu spenden. Um dir zu sagen, dass du nicht allein bist. Wie nett. Danke, Herr. Kein Problem. Nun, Heinrich... Ich weiß, das muss für dich alles neu und seltsam sein. Aber fühl dich bitte wie zu Hause. Also sorge dich um nichts, außer um deine Genesung. Nur Gott allein weiß, was du alles durchgemacht hast. Ich weiß, was es heißt, allein auf der Welt zu sein. Wenngleich dein Verlust viel schwerer wiegt. Mit Gottes Hilfe verflüchtigt sich der Schmerz mit der Zeit. Darüber zu sprechen kann sehr hilfreich sein. Wenn dir danach ist. Kann, kann aber auch nicht sein. Ach, komm, gib ihm. Du könntest recht haben, Herrin. Ich erzähle dir davon. Es war schrecklich und kam unerwartet. Ein Tag wie jeder andere. Vater schickte mich für Besorgungen ins Dorf. Ich trieb Schulden ein. Meine Freunde und ich erteilten. Ach, komm. Ein Kerl namens Kunisch schuldete meinem Vater Geld und ich sollte es eintreiben. Nur dachte er nicht daran zu zahlen. Es ging hitzig zu, wie so oft, wenn Geld im Spiel ist. Doch Kunisch blieb stur und weigerte sich weiterhin, das Geld rauszubilden. Vater war viel zu gütig, einem solchen Lumpen einen Kredit zu gewähren. Oh. Als ich alles erledigt hatte, eilte ich nach Hause. Ich hatte Vater versprochen, ihm bei der Arbeit zu helfen und freute mich schon darauf. Er schmiedete Herrn Ratzig ein Schwert. Okay, also wir wissen jetzt, ihre Kampfkraft ist bei 8. Also schaffe ich nicht. Ihre Herzens ist gleich bei mir, also habe ich Erfolg. Vater und ich unterhielten uns immer in der Schmiede. An jenem Tag bat ich ihn, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Aber er lehnte ab und sagte, ein Mann solle seinen Kopf lieber nicht für sinnlose Heldentaten aufs Spiel setzen. Hätte er nur geahnt, welch Schicksal uns erwartete. Oh. Aber Sigismunds Horde wartete schon am Horizont, bereit anzugreifen. Okay, ähm, ich sah auch am Horizont, er hatte ein riesiges Heer. Ähm, ja. Ein Heer stand versammelt. Fahnen wehten im Wind, die Rüstungen glänzten im Sonnenlicht. Und die Rösser wierten ungeduldig. Sie warteten darauf, dass Sigismund das Zeichen zum Angriff gab. Wie furchtbar. Und dann brach der Tod über Skarlitz herein. Ähm, wer hatte sich doch erfiel? Und die Skarlitzer flohen zur Burg. Ich sah, wie meine Bianca töteten und sie töteten meine Eltern. Vater sagte, dass ich gehen und in der Feste Schutz suchen solle. Während er Mutter holte, die im Dorf war. Und dann sah ich, wie er einen Kuman nach dem anderen niederstreckte. Ich habe ihn noch nie so kämpfen sehen. Doch dann bemerkte ihn der Anführer von Sigismunds Horde und ging auf ihn los. Ein Ritter in voller Rüstung. Er erschlug meinen Vater und wandte sich dann meiner Mutter zu. Um sie kaltblütig zu ermorden. Armer Junge. Möge der Herr ihren Seelen gnädig sein. Ich lief wie unsere Nachbarn zur Burg, doch ich schaffte es nicht. Ich musste einen anderen Weg finden. Die Männer auf den Zinnen riefen mir zu, nach Talmberg zu fliehen und euch zu warnen. Zum Glück kannte ich einen verborgenen Pfad um die Burg. Äh, ja. Blinder hat ihn erst so auf die Belagerung begann. Ich brauchte ein Pferd. Äh, ähm. Ich hörte keine Stachtgeräusche mehr von der Burg. Also nahm ich an, Sigismunds Heer würde eine Belagerung vorbereiten. Du hattest zweifelsohne Recht. Dann hörte ich einen Schrei. Teresa, das Müller-Mädchen, war vom Kumanen gefasst worden, die sie schänden wollten. Ich hatte Herrn Ratzigs Schwert. Und obwohl sie in der Überzahl und gut gerüstet waren, musste ich versuchen, sie zu retten. Ich wollte zumindest irgendjemandem helfen. Und es gelang mir, obgleich ich fast dabei umkam. Und dann nahm ich eines ihrer Pferde und ritt davon. Wie ein beherzter Ritter. Ich werde das Grau nie vergessen. Es wird mich meinen Lebtag verfolgen. Das ist furchtbar. Wie konnte so etwas Schreckliches nur passieren? Nur Gott allein weiß, weshalb er so etwas zu lässt. Du armer Junge. Ich kann deinen Kummer wirklich verstehen, aber Gott trifft keine Schuld am Elend dieser Welt. Das ist das Werk von Satan und seinen Scherben. Das Werk von denjenigen, die von Raphir, Neid und Stolz erfüllt sind. Du darfst dein Glauben nicht verlieren. Ganz gleich was geschieht. Das Schicksal war meinem Gatten und mir auch nicht wohlgesonnen. Das kannst du mir glauben. Obwohl, im Vergleich zu den Schrecknissen, die dir widerfahren sind. Ich war noch sehr jung, als ich geheiratet habe. Mein Vater wollte es so. Dibbisch war viel älter als ich, aber als Frau muss man sich dem leider ergeben. Kurz nach der Hochzeit, noch bevor ich auch nur einen Blick auf Talmberg werfen konnte, wurde die Feste gestürmt und mein Gatte ins Gefängnis gesperrt. Wirklich? Er hatte wohl irgendeinen Streit mit Herrn Havel-Medek von Valdeck und dieser beschloss, ihn gewaltsam zu schlichten. Er stürmte die Burg, steckte Priveslawitz komplett in Brand und tötete viele unserer Männer. Sogar den alten Kämmerer. Er warf meinen Gatten in den Kerker und postierte dort seine eigene Garnisum. Das ist Abscheid. Ich war gerade erst 18 Jahre alt und völlig plötzlich ganz allein mit Herrn Robert. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir gingen nach Prag um den König und Fibbischs Freunde um Hilfe zu bitten, aber ohne jeglichen Erfolg. Jahrelang versuchten wir es. Doch es schien, als wäre ich zur Einsamkeit verdammt und mein Gatte dazu in seiner eigenen Wort zu verorten. Ja, so lange hat es gedauert, bis Havel zu einem Feind der Krone erklärt wurde. Und selbst dann weigerte er sich, die Burg aufzugeben und meinen Gatten freizulassen. Letzten Endes brachte ich das Lösegeld für ihn auf. Erst dann konnte ich, nur durch Gottes Gnade, endlich wieder in das Gesicht meines Gatten blicken, Heinrich. Deines Gatten, den du nicht mal richtig kanntest. Da war keine Zeit mehr für mich, aber immerhin waren wir in der Stadt und da lief schon so einiges. Und nun sind wir hier. Herren, ihr seid noch jung und wunderschön. Ihr habt eure besten Jahre noch vor euch. Wenn das was war, ihre Junge. Wenn das was war. Aber weshalb belästige ich dich damit? Du hast genügend eigene Sorgen. Ich werde gehen und dich schlafen lassen. Das war eine schöne kleine Unterhaltung. Gute Nacht, Gott sei mit dir. Gute Nacht, Herren. Ah, guck mal, seine Klamotten sind auf Blut verschmiert, während sein Gesicht schon wieder komplett gut aussieht. Also, heile ist. Frauen im Mittelalter. Ja, keine Ahnung, was ich da alles immer lerne. Kodex-Einträge. Bewegt euch! Ihr müsst euch beeilen! Schnell! Wir müssen die Kode schließen! Du kannst nicht zurückgehen! Heinrich, hilf uns! Rauch! Rauch! Was er sich da für ein Mist zusammenträumt. Heinrich, wach auf! Das willst du nicht verpassen. Was ist denn? Ist was passiert? Komm zum Wehrgang. Die Wachen melden, es wären Leute aus Garnitz auf dem Weg hierher. Äh, kaum eingepennt und schon, äh, muss man wieder raus, ey, was ist das denn? Über die Treppe am Wehrgang. Wo ist denn der Wehrgang überhaupt? Hier. Hier. Hier geht's hoch. Hm. Ich muss mit Robart sprechen. Oh, äh, ja, wir enden, ne? Ich will nix mit mir zu tun haben. Weiß nicht. Das ergibt keinen Sinn. Weshalb würde Siegesmund bei Nacht auf Thalmberg vorrücken? Außerdem hat er das Überraschungsmoment durch den Angriff auf Skarlitz eingebüßt. Vielleicht ist er es nicht. Aber wer dann? Die Späher von Herrn Devisch sagen, Siegesmund hätte ein Lager aufgeschlagen und sich darauf vorbereitet, die Burg zu stürmen. Und Herr Ratzig ist ein erfahrener Stratege. Sicher würde er die Burg eine Weile halten können. Das ergibt keinen Sinn. Was haben die Späher noch gesagt? Nicht viel. Denn bevor sie nah genug rangekommen sind, zog der Sturm auf. Und du hattest recht. Siegesmund hat verdammt viele Männer. Zudem noch Söldner. Eine Streitmacht wie diese kostet ein Vermögen. Tja, spätestens, wenn sie hier sind, haben wir Gewissheit. Nicht wahr? Ja, das stimmt. Ja, also warten und dann Kaffee trinken, ne? Klingt gut. Das sieht aber nicht nach Armee aus. Halt! Wer ist da? Der Teufel und seine Dämonen! Wer sonst, Robert? Herr Ratzig, welche Erleichterung! Ist seine Lordschaft bei euch? Ja, Herr, er steht gleich hier! Oh, du bist wirklich noch wach, Dibbisch? In deinem Alter ist gesunder Schlaf doch unerlässlich! Naja, du hast dir auch nicht gerade die beste Zeit für einen Ausflug ausgesucht. Bist du in Eile? Wir mussten leider recht abrupt aufbrechen. Ob du es glaubst oder nicht, aber dieses Unwetter ist ein Segen für mich und meine Männer. Wie mein Großvater immer zu sagen, pflegte er besser eine kleine Wunde als eine aufgeschlitzte Kehle. Dein Großvater war wohl ein weiser Mann. Der Bote hat bereits erzählt, was geschehen ist. Ein Bote? Der Junge, den du geschickt hast. Er lebt? Er hat es hierher geschafft? Er ist hier oben bei mir. Er ist gerade noch mal so davongekommen. Gott sei Dank! Ein tapferer Junge. Aber sag mir, Freund, wie habt ihr es nur geschafft zu entkommen? Ich danke Gott für dieses Unwetter. Als es losbrach, trochen Siegesmunds Tataren in ihre Löcher und haben die Erstürmung der Burg wohl auf schöneres Wetter verschoben. Wir konnten uns direkt vor ihren Nasen davonschleichen. Der Herr sei gepriesen. Wir hätten keine Chance gegen sie gehabt. Möchtest du die Nacht hier in Thallenberg verbringen? Nein, nein. Wenn Siegesmund die Burg morgen leer vorfindet, wird er womöglich nach uns suchen. Wir würden euch nur unnötiger Gefahr aussetzen. Wenn meine Männer und ich nicht hier sind, hat er keinen Grund anzugreifen. Aber was habt ihr dann vor? Wir marschieren nach Ratai. Es ist kein langer Weg und außerdem können wir uns dort viel besser verteidigen. Und es ist genug Platz für all diese Menschen. Falls Siegesmund kommt, solltet ihr euch ergeben, Dibbisch. Es hat keinen Sinn, eine aussichtslose Schlacht zu beginnen. Da hast du wohl recht. Ist der Junge immer noch bei dir? Ich bin hierher. Du hast Mumm, Junge. Das muss man dir wirklich lassen. Ich bedauere sehr, was geschehen ist. Möchtest du dich uns anschließen? Sehr gern, Herr. Aber zuerst muss ich nochmal zurück nach Scarlet's. Du bist wahnsinnig. Was willst du dort? Ich kann die Leichen von Mutter und Vater nicht einfach auf der Straße verfaulen lassen. Ich komme euch nach, sobald sie bestattet sind. Denk nicht mal daran, zurückzugehen, du Esel. Bist du lebensmüde? Aber Herr... Weit! Es tut mir leid um deinen Vater. Aber dein Tod macht ihn auch nicht wieder lebendig. Dibbisch, bitte sorge dafür, dass der Junge hier in Thalmberg bleibt, bis sich die Lage etwas beruhigt hat. Sei unbesorgt, mein Freund. Er ist verletzt und muss wieder zu Kräften kommen. Ich werde ihn so sicher verwahren wie Havel von Baldeck. Ich sehe, ist ihr vom ewigen Trübsalblasen ein dickes Fell gewachsen. Ich danke dir. Wir werden uns wiedersehen, wenn die Umstände etwas günstiger sind. Leb wohl. Leb wohl, mein Freund. Und viel Glück. Richte Herrn Hanisch meine Grüße aus. Das werde ich. Dir und deinen Leuten auch viel Glück. Dies sind finstere Zeiten. Abmarsch! Habt ihr gehört, Leute? Aufmarsch! Auf nach Ratai. Keine Ahnung, was für eine Stadt es ist, aber es ist anscheinend eine Stadt namens Ratai. Und Henry ist ein kleiner Blödkorb. Männer, heute Nacht verdreifachen wir die Wachposten. Teilt euch wie immer auf. Und wenn ich einen beim Saufen, Würfeln oder Dösen erwische, breche ich ihm höchstpersönlich alle Knochen. Behaltet die Gegend im Auge. Gewiss entsendet Siegeswunsch Speer. Und da er die Flucht der Skarlitzer bemerkt hat, vermutlich auch Männer, die sie verfolgen. Haltet die Augen offen und meldet unverzüglich jede Kleinigkeit. Verstanden? Es gibt kein Jawohl, aber Fackeln aus einmal. Das ist wahrscheinlich so ein Ja. Achso, kann ich helfen. Kann ich helfen. Ich bräuchte zusätzlich ein paar gute Augen. Würdest du mit meinen Männern auf dem Wehrgang Wache halten? Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ich würde es begrüßen, wenn du meiner Bitte nachkämst. Natürlich, Herr. Ich helfe dir gern nach allem, was du für mich getan hast. Sehr schön. Und keine Sorge. Die Männer lösen dich später ab. Okay. Halte auf dem Wehrgang Wache. Das heißt hier. Ich weiß einfach marschieren, wie so Darth Vader. Ist das Musik oder ein Ausrufezeichen? Da, da, auf meinem... Hier, ne? Ich kann hier nicht rüber, glaube ich. Kann ich die Wacke, die Fackel in der Hand nehmen? Ich glaube nicht. Was kannst du mir dazu sagen? Nichts. Okay, er hat irgendwas zu sagen. Was hältst du von der Flucht der Scarletzer? Okay. Was hast du zu erzählen? Glück und Gesundheit. Dankeschön. Was hältst du denn von der Flucht? Was hältst du davon, dass ich die Scarletzer so davonschleichen konnte? Kann mir nicht erklären, wie sie das angestellt haben. Müssen entweder gesegnet sein oder Siegesmunds Söldnertrupp taugt nicht viel. Man hält die Augen offen, wenn man einen Feldzug führt. Ganz egal, wie sehr es pisst. Wenn uns... Okay. Ist das dein Ernst? Flurrst herum wie ein verlorenes Schaf. Deine erste Wache, hm? Glaub nicht, dass heute noch viel passiert. Kannst dich an die Mauer lehnen und auf morgen warten. Ich zeig dir, wie der Hase läuft. Mach ich. Danke. Ähm, okay. Heißt, ich... ...warte bis morgen. Drücke Tee und denke fest, wie lange du warten willst. Pass dir doch auf. Mülligkeiten Hunger nehmen, auch während des Überspringens zu. Okay. Dann möchte ich gerne hier im Fackelschein warten. Ähm, aber ich muss erst mal klarkommen. Äh, ja, die zwei Stunden kann ich jetzt ja noch warten. Ist ja jetzt nicht so, als wäre das, ähm... ...über... ...mäßig... ...lange... So. Was denkst du darüber, wie den Skarlitz an die Flucht gelungen ist? Gott sei Dank. Hab schon gedacht, Siegesmund stürzt sich auf uns. Scheinbar haben das alle gedacht. Haben mit dem Schlimmsten gerechnet. Ehrlich gesagt, hab ich immer noch Schiss, dass Siegesmund kommt. Und kommen wird er, da bin ich mir sicher. Hoffentlich haben wir auch so ein Glück, wenn wir dem Hunsfot gegenüberstehen. Ach, übrigens, Heinrich, mein Beileid. Danke. Ja, das wär's dann, ne? Hm. Also, ich seh hier nix. Was sagt mein Questlog drin? Was muss ich denn grad machen? Warte bis zum Morgen. Ich kann für ein Weichen die Augen schließen und mich ausruhen. Falls etwas passiert, werden die Soldaten mich wecken. Ach so. Ja, dann ess ich mal was, ne? Den etwas älteren. So. Hallo. Kommen die? Hilfe. Hilfe. An die Außenmauer heißt hier lang. Folgen. Okay. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Oder hat der Himmel gesagt? Ich glaube, er hat Himmel gesagt. Okay. Oh. Oh. Uns wird es wie den Scarletz anergehen. Seh nur, wie sich dieser selbsternannte König die Liebe und den Respekt seiner Untertanen erheuchelt. In der Tat, Robert. Liebes Mund von Luxemburg hat ein gutes Händchen dafür, die Menschen auf seine Seite zu ziehen. Aber du wirst womöglich noch überrascht. Ich bezweifle, dass er seine Heiden heute auf uns hetzen wird. Hm. Das sind einige. Sei gegrüßt, Herr von Tallemberg. Das ist er. Das ist der verdammte Bastard, der den Angriff geführt und meine Eltern ermordet hat. Sei kein Narr. Oder willst du so enden wie sie? Ich bin Herr Marquardt von Aulitz. Ich komme auf Geheiß Sigismunds von Luxemburg. König von Ungarn und Kroatien. Der beauftragt wurde, gegen jene vorzugehen, die Zwietracht im Land säen und im Namen seines Bruders, König Wenzel IV., die Ordnung im gesamten Land wiederherstellt. Ordnung wiederherstellen? Indem er die Ländereien des Königs plündert und verbrennt? Sei gegrüßt, Herr Marquardt. Dass der Bruder des Königs sich bemüht, in diesem chaotischen Land für Ordnung zu sorgen, ist zweifelsohne löblich. Jedoch sind er und seine Truppen offenbar vom Weg abgekommen. Als Burggraf des Schlosses zu Prag bin ich dem König verpflichtet. Und hier in Thallenberg herrschte bis vor kurzem noch Frieden, bis ihr eintraft. Also was verschafft uns die Ehre eures Besuches? Gestern erst ging seine Majestät gegen einen der Feinde des Reiches vor, Herrn Ratzig Kobilla. Dieser verwendete Silber aus den Skalitz-Aminen, um eine Auflehnung gegen die Krone zu finanzieren. Zu unserem Bedauern konnte der Aufständische entkommen. Du weißt nicht zufällig, edler Herr, wo er sich derzeit aufhalten könnte? Soweit ich weiß, ist dieser Herr Ratzig, von dem du sprichst, des Königs Hauptmann in Skalitz. Ich glaube kaum, dass er sich tatsächlich gegen unseren König auflehnen würde. Davon abgesehen kann ich dir versichern, dass Herr Ratzig sich nicht in Thallenberg aufhält. Er wäre ziemlich töricht, wenn er aus seiner Burg, die er nicht verteidigen kann, in eine andere flieht, die es ihm noch schwerer machen würde. Oder kann es sein, dass mein bescheidenes Anwesen eurer Armee irgendwie im Wege steht? Ich soll dem König also mitteilen, dass sich Herr Ratzig Kobilla nicht hier in Thallenberg aufhält und dass er deine volle Loyalität genießt? Ich versichere dir, Herr Ratzig ist nicht hier, und ich gedenke nicht, mich in Angelegenheiten einzumischen, die mir keinen Vorteil verschaffen. Nun gut, Herr, wie du willst. Ich werde eure Worte dem König überbringen, in der Hoffnung, dass er sie so aufnehmen möge, wie ihr es euch erhofft. Jene mit einem reinen Gewissen und einem guten Willen brauchen keine Furcht zu haben, auch nicht in solch finsteren Zeiten, wo es kaum einen Grund zur Freude gibt. Lebt wohl, Herr! Lebt wohl! Lebt wohl! Mein Herr, du hast meine allergrößte Befunde. Gehen wir zurück an die Arbeit, Roberts. Gehen wir zurück an die Arbeit, Roberts. Sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.